Hallo und herzlich willkommen bei Virtuosturios und einer neuen Folge Grunen Exil. Danke, dass ihr wieder eingeschaltet habt mit mir und meiner Ilse hier auf meinem Kanal. Wir haben in der letzten Folge ein paar neue Sklaven gesammelt und auch hier das in den letzten Folgen gut umrundet. Es fehlt nicht mehr viel für die Burg. Wir haben da noch die Ecken und auch den Turm. Der ist in Arbeit. Sklaven können wir leider keine neuen fischen. Deswegen würde ich mich da auch nicht jetzt so in unnötige Gefahr begeben. Das heißt, wir würden uns lieber da um die Turm kümmern. Also bleibt mal dran. Dazu bin ich natürlich total falsch gelaufen. Wir brauchen dazu natürlich noch ein paar Utensilien. Was haben wir hier oben noch drin? Hier haben wir noch ein paar Platten. Das haben wir auch noch. Ja, mehr brauchen wir nicht. Die Torches nehmen wir mal mit. Ja, das sieht gut aus. So, weil da hochkommen, heißt Aufzug. Also dafür wollte ich jetzt die Aufzüge hinsetzen. Aber diesmal hier die Vertikalen. Was ja hier so nicht geklappt hat. Äh, die Hoch... Doch, die Vertikalen ist richtig. Stellen wir ruhig mal beide direkt her. Greifen wir uns mal hier noch so einen Schwung. Genauso wie hier. Gucken, dass wir gleich noch laufen können. Die sind natürlich auch wieder einige fertig. Kohle ist nur alle. Ach ne, die geht ja auch um die Kohle. Gucken wir mal, der läuft noch. Und der Hinsprung hier so mal voll. Kann man nämlich auch gleichzeitig ein bisschen produzieren. Na, wo sind sie? Die G-Platten. Da. Rübe ich ein paar mehr. Ja, braucht noch einen Sekunden. Also wie gesagt, ich habe ja extra hier da das Loch gelassen, um da hochzubauen. Wir können ja aber mal klettern. Das ist ja das Schöne. Wir kommen ja auch so hier hoch. Denn. Ne, ne, nicht da hin. Boah, komme ich da jetzt nicht ran, oder was? Sag ich, dass das Tor hier vorne steht? Das ist ja jetzt übel. Heißt, ich muss das Tor neu machen? So ist das große Tor. Das wäre jetzt natürlich mies. So ist das doch vorne ansetzt. Ich meine, das haben sie ja wohl geändert. Das geht schon mal. Das natürlich nicht. Wie kriegen wir das jetzt hier vorne ran? Da war's. Genau so. Dann geht das halt hier vorne direkt hoch. Das Schöne Tor haben wir jetzt hier gesichert. So ist auch in Ordnung. Machen wir das da drüben direkt auch mal. Und das, wo wir da so rumgeertet haben. Dass wir das da so rein kriegen. Auf die drei. So. Demnächst hat halt so. Nicht schlimm. Jetzt können wir uns auch den Fahrstuhl mitnehmen. Aber sind beide sogar fertig. Okay. Mal die unnötigen Steine hier rein. Rander. Jetzt passt er doch hier mit der Platte wieder. Dann haben wir uns einen höher. Dann nehmen wir aber zuerst mal die Wände. So. Jetzt kann man ja hier runter fahren. Hoffentlich bis unten hin. Genau. Und halt auch hier durchgehen. Das war Sinn der Sache. Tür geht auch zu. Und auf. Perfekt. Direkt mal wieder drüben. Und dann setzen wir den auch hier rein. noch die Wand. Perfekt. Keine Ressourcen mehr. Nein. Oh. Das hätte fast weh getan. Was fehlt uns denn für Ressourcen? Steht da jetzt ein Name? Kann man nicht umbenennen? Guckst du mich an? Ist ja lustig. Ups. Was fehlt uns? So. Was fehlt uns? Das haben wir. Das haben wir. Wir haben keine Ressourcen mehr. Wir haben keine Ressourcen mehr. Direkt mal wieder noch einen ganzen Sprung mitnehmen. Und produzieren. 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. So. Wo ist der Haken? Toll. Der hat sich nicht draußen hingesetzt. Egal. Außenseite, 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 und ein Dach brauchen wir noch. Das will er nicht. Machen wir hier lieber so zwei Türen hin. Muss ich nicht verstehen, oder? Ich glaube, es sieht von außen gleich aus. Und unauffällig. Dafür ist es halt echt cool. Boah. Boah. Mal den hier. Ausdauer schwindet. Ausdauer schwindet. Jetzt ist der auch nicht mehr hier. Das ist auch normal. Will ich da hier ein Dach draufsetzen? Nee, auch nicht. Nein. Falsch rum. Außenseite passt. Jetzt geht das auch. Oh, okay. Keiner zu viel. Kriegsbrechen. Okay, der geht. Warum der Rest nicht? Irgendwas von hier fehlt. Ah, hier ist Eiren. Eiren fehlt. Ja, da ist ein ganzer Schwung drin. So, wir sind ja nicht auf den Mund gefallen. Probieren wir erstmal nochmal hier unser Glück. Schick. Schick dich direkt schon mal wieder runter. Wie? Ja. Das ist mal einer. So Jetzt eventuell Mist Okay, das will er nicht, aber gut Hauptsache, wir kommen runter und hoch, wir haben die zwei Türme fertig, klar sieht jetzt ein bisschen blöd aus mit dem Fahrstuhl, ich könnte jetzt auf die gegenüberliegende Seite auch noch einsetzen, damit das gleich ist, hat ja auch was Warte, hier fehlt noch eine Wand, ne So Jüdi Steht also auch erstmal so weit Drei, vier, fünf, sechs Machen wir hier dicht Ja, das hat er hier nicht schräg einsetzt Und so viel So Lübt Unsere zwei Türme Lass erstmal wieder hier rein Weg, weg Weg Dann haben wir zum Schild probieren Warum auch immer Was haben wir noch für Schilder, haben wir die Schilder nicht hier? Oder haben wir die hier? Ich weiß schon gar nicht mehr Probieren's mal Solange der produziert Und sagen die Sklaverei Ja, die sind gut am Machen Die sind zu groß, glaube ich, ne Was sind die Schilder nicht hier? Ja, das ist gut Ja, das ist gut Ok Was ist das? Ja, das ist gut Also Was ist das? Das ist gut Was ist das? Ja Ja Was ist das? W Stadtsberg-Stadt Ja komm, warum nicht, brauchen wir diese kleinen Äste. Gernotzt mehr, aahhhhhh. Große Schildtönix. So, ich werde in Ruhe die Schilder verteilen, die Gittertübchen, da ist auch noch nicht fertig, ist aber wurscht. Und dann suchen wir uns in der nächsten Folge mal eine neue Aufgabe, weil ich möchte doch schon mal wieder ein bisschen draußen rum reiern, äh, reiern, rumeiern. Vielleicht finden wir ja auch mal einen Koch oder sowas, wäre ja mal ganz nett als nur Bogenschützen. Ne? Schmiede. Na, hier wird es echt kompliziert wegen Schmiede. Aber ich setze mich so ein bisschen versetzt hier. Schmiede. Trinken. La Boa. Hey. Für zukünftige Besucher hier Das hat auch irgendwie passt Sehr gut, danke fürs Zusehen Däumchen, Abo nicht vergessen Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, bis dahin Vielen Dank